hey internet und youtube nach dem kleinen fehler im letzten paar das kann ich euch erklären da war nämlich eine alien invasion genau in meiner straße und ich musste raus und ich muss eine familie retten mit 20 kindern und zehn babys hey check yourself do you best immer okay das ist überhaupt kein problem jetzt mache ich es nämlich jetzt ist gut 9,5 victory a good zombie defense whip crack your whip to kill some zombies okay press up and down up and down it begins oh ja kommt hier rauf du brauchst nur hier oben gehen wo oben schwebst du und go yes die nächsten bitte mehr noch oh ja gemeinsames schreien hilft euch auch nichts ich bin voll auf der victory straße so sieht es nämlich aus was hatte ich denn hatte ich das rope swing oh no das war das wo ich zu blöd war ich glaube mit space und loslassen richtig woops ich hab's geschafft I did it i did it i did it hold this rope loslassen perfekt wie jetzt oh no 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 und gut ich hatte ohnehin nicht mehr viele körperteile aber Ja, gut. Schopfe ich es noch weiter? Ja, so hoppelt man sich vorwärts. Ein Versuch noch, komm schon. Komm. Ich sagte, ein Versuch noch ab jetzt. Also, im Prinzip wollte ich sagen. Doch, komm schon. Erstmal und jetzt geht wieder nix, oder was? Komm, du schaffst es. Geh einfach weiter. Einfach weiter. Hopp. Genau, aufstehen, aufstehen. Ich bin nicht sportlich genug, als dass ich hier so einen... Gott im Himmel, ich will das jetzt schaffen. Gott im Himmel. Ich... Pfff. Okay, kein Problem. I don't know... Naked lady. No, 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 no. Bio-Chamber, das machen wir. And none of the demo, please. Bum, bum, bum. Okay, let's go. Muss ich da was lernen? It's getting back. Okay. Was siehst du, was siehst du? Lass mich durch. Hahaha. Easy. Also mit dir. Schlafen während der Arbeit... No, no, no. No. Victory, das Rope-Ding, das lassen wir mal kurz weg. Außerdem bin ich weitergekommen. Was soll's? Reitet nicht darauf herum. Auf der Leine. Oder sowas. My first butt bottle run. Hope you enjoy it. See you in my next level. Mit den Würstchen geht alles leichter. Los, nicht den Einkaufskorb. Verschütten. Okay. Aber jetzt. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Wir springen wieder hier. Ach, komm schon. Du schaffst es, Lady. Du schaffst es. Ja, das ist nichts für Alkoholiker, ja. Das sind nämlich alles Whiskyflaschen. Slender! Ich kann... Ich verstehe es nicht, aber... Ich werde das schaffen. Hold right around, press Space button, hold up. Das ist viel zu kompliziert. Okay. Hold right around, Space button. Okay, muss der laden. Entschuldigung. Okay, sieht gut aus. Hallo? Haha. Erstes. Was ist? Hallo? Ja, ich werde dich zerstückeln, Slenderman. So sieht es nämlich aus. Aha, ich habe dich... Komm. Komm, komm, komm. Nummer zwei, mein Freund. Willst du mich erschrecken? Lächerlich. Nummer drei. So sieht es nämlich aus. Mama. Komm schon. Nummer vier. Du bist hier, wärst der Beste im ganzen Land. Wer sich freut. Komm schon. Hat er sich umgezogen? Oh, shit. Oh, Jesus. Jetzt hast du mich erwischt. Okay, das gebe ich zu. Mama. Da habe ich ein ganzes Buch zu Hause zum Lesen. Oh. Ist das ein Glücksbrunnen? Aus Blut? Kann ich hier eine Münze reinwerfen? Alles wird gut. Okay, der hatte wieder viel Zeit zum Schreiben, oder? Wie viel muss ich da noch sammeln? Habe ich gewonnen? Nein. Nein, 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 nein. Hallo? Ich glaube, es geht ihm gut. Ich glaube, es geht ihm gut. Oh, nein. Das ist leider mein Tod. Exit. Exit ist gut. Exit ist auch im Klo. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber... We did it. Und ich sage, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ja, ja, gib mir das Victoria. Und das Raubding, das vergessen wir wieder. Okay? Das hat niemand von uns gesehen. Macht einfach die Augen zu. Wenn es kommt. Also ihr wisst, dass es dann kommt. Aber ihr macht die Augen zu und ihr seht nicht, was passiert. Und dann stellt ihr euch einfach vor, nach zwei Minuten macht ihr... Und wir haben alle gewonnen. Oder? Gibt es irgendeinen Sinn? Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.